Deutsch lernen mit Dialogen. I-Fu Sprachschulung. Lernen macht Spaß. Dialog 16. In der Apotheke. Abonnieren Sie unseren Kanal. Klicken Sie auf das Glockensymbol, um neue Zeichentrickfilme nicht zu verpassen. Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe akute Magenschmerzen. Waren Sie beim Arzt? Ja. Hier ist das Rezept. Gut. Ich schaue, ob wir dieses Medikament haben. Danke. Ich warte. Ja. Wir haben es. Ich schaue gleich die Gebrauchsanweisung. Das Medikament Allmagel kommt in Form von Tabletten und Suspensionen zur oralen Verabreichung. Ich hätte gern Allmagel in Form von einer Suspension. Gut. Wie soll ich das Medikament einnehmen? Nehmen Sie einen Dosierlöffel viermal pro Tag ein, aber nicht mehr. Nach oder vor dem Essen? Vor dem Essen. Vor der Einnahme sollte die Flasche geschüttelt werden. Zwischen der Einnahme von Allmagel und anderen Medikamenten muss ein Intervall von mindestens einer Stunde eingehalten werden. Alles klar. Wie viel soll ich bezahlen? 16 Euro, bitte. Hier ist meine Kreditkarte. Danke und bitte den Pin-Code eingeben. Danke und gute Besserung. Danke Ihnen auch. Tschüss. Auf Wiedersehen. Die Formbildung der Modalverben unterscheidet sich teilweise von der Formbildung der Neuverben. Normalen Verben, Vollverben. Im Gegensatz zu Vollverben haben die Modalverben in der ersten und dritte Person Singular keine Personenendung, können, kann. Das Modalverb steht im Aussagesatz auf Position zweiter. Der Infinitiv des zweiten Verbs steht am Ende des Satzes. In einem Fragesatz mit einer W-Frage steht das Modalverb auch auf Position zwei. Beispiel. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie viel soll ich bezahlen? Ich möchte Allmagel in Form von einer Suspension haben. Ein Passivsatz stellt in den Vordergrund, was getan wird und nicht, wer die Handlung ausführt. Um eine Handlung mit Modalverb im Passiv in der Gegenwart zu beschreiben, kombiniert man die konjugierte Präsenzform des Modalverbs müssen, dürfen, können, sollen, wollen, möchte, mögen mit dem Partizip zwei des Vollverbs und dem Hilfsverb werden im Infinitiv am Ende des Satzes. Beispiel. Ein Satz soll von den Schülern geschrieben werden. Vor der Einnahme sollte die Flasche geschüttelt werden. Wortschatz zum Dialog 16.1 In der Apotheke. Wie kann ich Ihnen helfen? Akut. Der Magenschmerz. Das Rezept. Das Medikament. Die Gebrauchsanweisung. Die Tablette. Die Suspension. Das Medikament einnehmen. Der Dosierlöffel. Viermal pro Tag. Vor dem Essen. Schütteln. Das Intervall. Mindestens. Ein Intervall einhalten. Gute Besserung. Guten Abend. Kann ich Ihnen helfen? Mein Kopf tut mir weh. Haben Sie ein Rezept vom Arzt? Nein, die Praxis war schon zu. Dann schaue ich, was ich für Sie tun kann. Es gibt Ibuprofen 400 und Naproxen. Beide Medikamente helfen bei Schmerzen von Muskeln, Knochen und Gelenken sowie bei Erkältungskrankheiten. Ich nehme Ibuprofen. Haben Sie Probleme mit dem Magen? Nein. Nehmen Sie Ibuprofen 400 nur kurzzeitig und in niedriger Dosierung ein, dann treten Nebenwirkungen relativ selten auf. Wie viel Mal pro Tag sollte ich Ibuprofen einnehmen? Die Höchstdosis von Ibuprofen am Tag beträgt 1200 Milligramm. Also sollen Sie nur drei Tabletten pro Tag einnehmen. Nach oder vor dem Essen? Eine halbe Stunde nach dem Essen. Wie schnell hört der Schmerz auf? Mit dem Einsetzen der Wirkung einer Filmtablette können Sie in der Regel zwischen 30 bis 60 Minuten nach der Einnahme rechnen. Sie hält etwa zwei bis drei Stunden an. Alles klar. Ich möchte zahlen. Wie möchten Sie zahlen? Bar oder mit einer EC-Karte? Mit der EC-Karte. Hier bitte. Danke. Jetzt geben Sie Ihren PIN-Code ein. Danke. Hier ist Ihr Medikament. Danke sehr für Ihre Hilfe und die Beratung. Gern geschehen und gute Besserung. Vielen Dank. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bildung des Imperativs mit Höflichkeitsform Sie. Der Imperativ ist eine Aufforderungs- bzw. Befehlsform. Den Imperativ für Sie bildet man mit dem Verb im Infinitiv plus Sie. Zum Beispiel. Kommen Sie. Nehmen Sie. Helfen Sie. Helfen Sie mir bitte. Wortschatz zum Dialog 16.2 In der Apotheke. Wehtun. Der Kopf. Der Muskel. Der Knochen. Das Gelenk. Das Rezept. Zu sein. Die Praxis. Das Medikament. Helfen bei Dativ. Der Schmerz. Einnehmen. Die Höchstdosis. Kurzzeitig. Die Nebenwirkung. Auftreten. Untertitelung. Untertitelung. Untertitelung.